Kellner & Kunz ist ein Großhandelsunternehmen im Bereich Befestigungstechnik, Werkzeuge und persönliche Schutzausrüstung. Da ich Außendienstmitarbeiter bin, bin ich natürlich mehrheitlich draußen meinen Kunden. Es gibt aber immer einen Platz hier in der Zentrale, in Wels, wo ich mich mit meinen Innendienstkollegen oder Kollegen aus der Technik austauschen kann. Was uns als Team wirklich ausmacht, ist die Ehrlichkeit, die Loyalität, aber auch die Tatsache, dass wir alle das selbe Ziel verfolgen und wirklich an einem Strang ziehen. Da uns die Kunden jeden Tag von neuen Herausforderungen stellen, ist eine Zusammenarbeit der verschiedensten Abteilungen sehr essentiell und das wird bei uns auch gelebt. Was ich besonders wertvoll finde bei Kellner & Kunz, ist einfach, dass der Fokus Mensch wirklich im Vordergrund steht, aber auch die Kombination zwischen Innovation, aber trotzdem Tradition. Das ist ein Fabian und den Gaber und den Dein, die wir bei uns über die Kaste geschrieben haben. Nachmachen und Vorher.